Hey meine Fighter, mal wieder geht es hier. Mal ein wenig Blödsinn. Mal gucken, weil ich nicht mal Bock heute ein paar Autos zu zerlegen. Einfach mal so wieder. Mal schauen, ein paar Autos crashen hier. Nachdem ich vorhin angeschrieben hatte, ob ich das mit dem Handy rekorde. Ich habe schon geschrieben, was das denn für eine Frage sei. Wieso haben mich sowas fragt? Ich hier unten eigentlich rekorde das nicht mit dem Handy. Ich rekorde das nur einfach so aus Spaß. Falls da noch Fragen kommen sollten, wisst es jetzt. Ich mache das hier nur aus Spaß, wenn ich nichts zu tun habe oder wenn ich Schlangeweile habe. Wäre das auch geklärt. Schöne Grüße an den, der das sagt. Schrieb mal das Kommentar. Also jetzt weißt du, habe ich dir auch eine Antwort gegeben. Also ich habe mir einen Kommentar geschrieben. Ich mache das also nicht mit dem Handy. Also dann schöne Grüße an, ich weiß nicht mehr wie er heißt. Könnte ich mir noch mal nachschauen. Ich weiß nicht, wer wieder Typ hieß. Na egal. Auf jeden Fall jetzt weißt du, dass ich es nicht mit dem Handy mache. Okay. So, was will er wieder für Autos? Ah, Geländewagen. Okay. Was ist das hier? Nachrichten. Naja. Kopfgeld. Alter. Ich weiß nicht, was der für Wagen will. Ja, komm, dass mich gucken, ob der den Escalate will. Ja, komm, gib bei den Escalate hier raus. Dankeschön. Ach, der will den Escalate nicht. Ach, der will den Escalate nicht. Na, komm, gib bei den Escalate hier raus. Dankeschön. Alter, der fährt mir fast drauf. Ach, was, das... So. Äh, was ist ein Land Rover, glaub ich. Ja, den will er aber glaub ich nicht. Korolla. Hier, da ist dieser Twentz. Äh, oh, LKW! 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 Ha, LKW! Schreckt LKW gefunden! Yeah! Raus! Gib bei den LKW! Yeah! Ja, oh, schön. Ich gehe direkt mal umdrehen. Wie bitte? Okay, ready for the dashcat style again. Are you ready for it? Ja. Ja, schön kaputt. Oh, yeah. Wie dachte ich, jetzt geht der ist kaputt. Jetzt gibt es hier Dashcam Style. Again. Dashcam Style wie in Russenland da, ey. Dashcam Style. Ja, die Russen können wirklich nicht Auto fahren, so. Falls ihr nicht wisst, was Dashcam ist, guckt euch das mal auf YouTube an. Dann wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, die Russen können nicht Auto fahren. So. Gebt das einfach mal auf YouTube ein. Dashcam. Nicht explodiert. Alter, aber der war eigentlich jetzt aber nicht klein. Ja, schön. Dann kommt man da jetzt noch kleiner. Alter, eh schon ist. Ja, ordentlich, ja. Schöne Trans-Am. Ja, ist zum... Der hätte es kaputt gewesen, hätte ich gelacht. Ohohoho, die Dette da vorne. Ja, den habe ich gedreht. Ja, mehr. Yes. Du... Du... Was hast du da, ey. Komm. Komm doch hinterher, wenn die kommen. Komm doch, naja, wenn ich raus kann. Ha ha ha. Die haben beide den Überschlag gemacht, der liegt auf dem Dach. Das war LOL. 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 es war das kann sein die denkt auf dem Weg denkt auf der Mauer der Koppel auf der Brückenmauer er war klar die voller Licht der eskelheit der leute der eskelheit ist das wollte ich habe da auf den bord stein das wollte einfach eine Limo einer Neu wieder sowas Neues das war die Gäste ich hab gehobt, aber auch schon kein eh da nicht haaren kann krass ist da Abflug ever alter heftig definitiv heftig alter das war ein krasser Überschlag das war ein krasser Unfall alter wie der hochgeflogen ist mit dem alten Grand Amp oh da war ein Passant hoppla heute fliegen die auch schön hoch man hält die Autos hier mal gucken was passiert mir nicht denn jetzt in die Wand drauf DER GEFLIEGEN jetzt fliegen wir gar nicht jetzt ist der auf dem Dach verschlägt sich das die Mutter aber eigentlich was steht denn da ah ne Corvette ey alter ich bin kaputt der Transm ich guck mal ob der die Corvette will ich will nur grad gucken ob der die Corvette will jetzt hab ich einen Stern aber die Corvette will da nicht ok ich weiß auch jetzt muss ich hier drüben raus schon den LKW ich hab keinen Bock auf Cops ich hab dir keinen Bock auf Cops komm schon mach aus dem Tisch hier er hat selber schuld K.I. ja ja so komm her hohohoho ist nicht kaputt ist nicht kaputt ist nicht kaputt gegangen der K.I. ooooh ach was war das ein Ästen das war ein Ästen das war Nee nicht in die Wand nein 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 nicht in die Wand oh 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 es gelält ja ich würde sagen es gelält hat jetzt ach das ist das ist ooooh oh man die Haltigkeit ist auch der Schöne Karumbulage und es werden hier wieder schön verzogen, verbogen. Ja, der LKW voll und das Ding ist auch schon eingedellt. Alter, wie kommt kein Auto gerade? Da ist ein Foto, oder? Wieso habe ich jetzt XP bekommen? Noch eine kleine Frage, wo habe ich jetzt XP bekommen? Äh, okay, keine Ahnung. Wenn ich jetzt XP bekommen... Das ist wahrscheinlich Kopfgelding gewesen! Oh Mann, ey! Heute sind die Strans Ames hier, ey! Komm, nur die Strans Ames! Die noch die ganze Zeit fliegen, wenn die mehr vor die Artiste rumfahren müssen, ne? Der Lenderwagen gewesen, ne? Ne, das ist ein Schwertwünsche, eine Verlote, wenn es Ames rum diesmal. Der Lenderwagen von ja relativ viel Lenderwagen rum auf den Hills, in den Hills hier oben. Ui! Oh, toll! Und gerade in diesem Moment ist mir etwa irgendwas mit meinem Controller hier kaputt gelangen. Irgend so ein Ding hier abgeflogen, von meinem Analogstick-Leber. Toll! Ja, mein Analogstick, mein Link ist übrigens schon total abgebimmelt, kaputt. Ist übrigens ne Fake-Controller, nur mal so nebenbei. Wenn ich das hier mal jetzt schon anspreche beim Controller. Joa. Ja, der fährt da wieder den Hübel hoch. Oh nein, oh nein! Mal gucken! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das geht doch nicht gut! Das ist gut gegangen! Ich blick mir den ganzen Tag durch die Luft und der geht nicht kaputt! Ja, ja! Ja, best dann so Dill-Blend-Schrift rein, ne? So Dill-Blend! Das sah gerade irgendwie lustig aus, ey! Der ganze Tag durch die Luft landet auf der Seite und geht nicht kaputt! Ja! Das war lol! Ey, wen kriecht denn der hier? Ja, selber schuld mit deinem Band! Das geht ja nicht! Ohohoho! Das gibt's doch nicht, der fährt noch! Ja, logisch. Ich bin zwar mit voll... Ich bin zwar vollkarrig gegen den gerauscht, aber... Der fährt einfach noch, ne? Ist wieder realistisch, ne? Oh! Das muss doch eigentlich deine Leitmache sein. Man könnte da so geil in die KG reinfahren, wenn die Leitmache gar nicht mehr, ne? Ich hab's geahnt! Es explodiert! Eieiei! Ich hab's geahnt! Oh nein! Jetzt geht der LKW hoch! Mist! Oh mein Gott, nein! Der läuft weg! Der läuft weg! Der Passant läuft weg! Na, was? Äh, okay, der LKW brennt doch nicht? Okay! Kann ich dann in den LKW rein? Ja! Ah, okay! Hinten nur das Gummi... Ah, okay! Nur hinten der Reifen ist kaputt! Aber der LKW... Ach, okay! Ich hab's ganz schön gedacht! Der LKW geht da ja kaputt! Oh, die Feuerwehr! What the fuck! Alter, lol! Ich hab den... Oh! Sorry! Oh! Sorry! Oh, feier! Oh, feier! Oh, feier! Oh, feier! Oh, feier! Tut mir leid! Wollte ich nicht! Ich wollte eigentlich schon die Feuerwehr kurz wegschieben! Und dann ist der Typ da hinten runtergefallen! Lol! Tut mir leid! Sorry! Ich hab den LKW nicht kaputt! Das ist jedes mal wieder lustig, dass ich den LKW nicht kaputt krieg! Oh! 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 das ist das Zeit ich würde sagen seitlich seitlich Alter es gibt so nicht nur gedreht nein 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 ja ne die Seite gefahren oh das ist ein Hammer welchen geht es ja also da ist glaube ich sogar eine da ist glaube ich sogar eine Methusel drin mit dem Auto der Wendelskab ne der fährt noch wollte ich gerade schon sagen ach dann sind wir hier wieder auf dem Highway auf der Schnellstraße unterwegs ja uiia ach die Delle die Delle hinten links jetzt ey was war denn das der Skab fährt er noch weiß es nicht irgendwas ist da weg ein Stoßschlag ist weg vorne der Standsteil ist der Fall runter wö ach der die 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 wenn mình die 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 das jetzt wie die anstattet aber was denn der Komplikant der Wagen alle Dich und folge Erwichter und überschlägt er sich dafür sind seitens von der Städte Ich hab den noch auf den Stein gekickt, ich wollt grad schon sagen, ich hab dem noch was drauf gekickt und dann ist er noch drauf gekracht, krass. Schön. Oh, der BMW. Oh Gott, nicht kaputt. Da kommt die Garten, los, fall auf! Loll, leicht gerammt, der macht nur noch einen kompletten Überschlag, nicht schlecht. Oh, die ganze Front, die ganze Front bei der BMW, die ganze Front bei der BMW, da kaputt, ey, Loll. Och, und da noch in diese Brücke rein. Ne, ich glaub immer, ich hab keinen Bock drauf. Gleich bin ich zu eingefahren, aber, oder? Der ist kaputt. Zu nahm, den, dass ich mich mal zu treffen, aber alter, das ganze Ding war voll, das ganze Auto. Bis zum Dach war er mit der Nutzung. Ja, was war das für ein Geschlinger, Kai? Oh, der BMW, oh mein Gott. Schöner Überschlag, der fährt weiter, der fährt auch noch weiter nach so einem Quart. Ja, alles klar. Ich hab den zwar richtig übelgerannt, aber der fährt mal weiter, ne? Naja. Ach, Mist. Du geschnürt. Oh, der geht in Front. Überschlag, komm schon! Überschlag! Man explodiert wenigstens. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, das Ding, Freunde, das gemeint. Das ist ja, wen will's mal so kaputt, dass er gemeint. Nein, Motorradfahrer, ich glaub's nicht. Da holt der Hammer. Kommt wieder ein Motorradfahrer. Ja, der ist jetzt da hinten. Ah, Mist. Da ist ein Motorradfahrer. Oh, wie denn schnappig. Alter, der hat keine Chance. Oh mein Gott, aua. Der ist kaputt. Oh, Schemkrester. Der Motorrad ist geruchgeflogen, der LKW ist auch kaputt. LOL. Mwäh. 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 Mwäh.